Und dann geh ich dann links in die Spinnenhöhle rein. Ich sehe da Platin und ich muss es haben. Egal unter welchen Bedingungen. Warum muss es denn auch so nah an der Lava spawnen? Moment, warte, wenn ich so drüber nachdenke. Alter. Alter. das war gefährlich hoffentlich reicht das Loch da auch für die Lava na gut, das können die schon mal abbauen nein verdammter Magier oh Gott Gott hier riecht es noch mehr Platin ja die Party ist vorbei schön für euch ihr macht da oben Party und ich ich begebe mich hier in die Reihen des Todes ja 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 so ihr wollt mich hier das bekommt ihr wenn ihr mich wollt okay jetzt sind sie natürlich nicht da kommt schon lauft rein ja oh okay okay alles ist gut wir haben jetzt sogar noch Amethyst jetzt haben wir auf jeden Fall genug für noch einen Hook da bin ich mir absolut sicher das ist nicht auch noch Platin oder hab ich nicht gesehen hab ich nicht gesehen das einzige was ich jetzt noch mache ist zu allererst die Vase kaputt machen aha ein Heiltrank immerhin etwas dann geh ich dieses gottverdammte Spinnen ist dort links oh ich hasse Spinnen ich hasse Spinnen ich hasse Spinnen ich habe ich habe schon mit ich habe es ich habe es ich habe es nicht ich habe ich habe erst mal hier zu machen erst mal bereich nummer eins klären das ist nur platin die kommt von hinten ich wusste gar nicht dass sie so viel aushalten das ist überhaupt nicht cool das ist eher beängstigend als ob ich nicht schon genug angst vor spinnen hätte also die spinnen auch noch so stark na gut jetzt eins nach dem anderen wir erst mal hier den weg ok immerhin kommen sie nicht so leicht an mich ran mit meinem schwert aua und dann geht's auf 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 putz unter il die friedliche nicht haben und ein Oh nein, ich bin in der Hölle gelandet. Oh, wie viele gibt es hier denn? Okay, jetzt erst mal eins nach dem anderen. Erstmal nehme ich mir hier das Platinatz. Na gut. Mutig wird vorangeschritten. Na endlich. Gut, der NPC ist gerettet. Jetzt haben wir alles geschafft, was wir hier in diesem Gebiet schaffen müssen. Allerdings bin ich so noch nicht ganz zufrieden. Okay, nee, gut, hier gibt es nichts mehr. Damit wäre die Sache hier wohl erledigt. Aber ich befürchte... Ich will noch tiefer. Ich weiß, das wird immer nur ins Verderben, aber... Ich will tiefer. Ich bin gerade sehr gierig geworden. Ich habe schon so viel gefunden und ich will noch mehr. Oh, da hätte ich was weh getan. Nur verdient. Nur verdient. Das war's für heute. Und jetzt noch so eine Bahn. Allerdings habe ich bei dieser Bahn ein bisschen Schiss, dass sie womöglich in irgendeine Lava Grube führt. Ich hatte gerade kurz Angst, dass es eine Druckplatte ist oder so. Oh! Okay. Wie mache ich das jetzt geschickt? Ich baue mir einen Weg darüber. Drückt mir die Daumen und hoffe, dass alles gut geht. Okay. Oh! Oh! Da seht ihr nämlich, das hätte mich jetzt umgebracht. Diese Drecksbahn. So ein hinterhältiges Stück Schiene. Ich verstehe gar nicht, warum ich mich hier überhaupt jetzt gerade rumtreibe bei der Lava. Ich weiß noch, dass ich immer sterbe, wenn ich mit Lava zu tun habe. Aber ich will noch nicht aufgeben. Das ist das Problem hier. Ich mache immer weiter, weil ich nicht weiß, wann Schluss ist. Ja, gleich passiert irgendwas Dummes, was mich so unfassbar ärgern wird. Und dann ist das Geheul groß. Aber ich wollte ja nicht hören. Ich wollte ja nicht aufhören. Jetzt kommen sie von hinten alle. Die Fräulein ist vorsichtig. Die Fräulein ist vorsichtig. Wenn ich mich aufhören, schütteln würde, Das war's für heute. Na gut. 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 So. So. Ich bin gerade ein wenig... ... im Druck. Was ist das denn? Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Holla. Was? Ich bin ja echt in der Todesfalle gelandet. Ich glaube, nicht nur zu. Nicht nur zur Augen, oder zu. Was ist es? Ich bin ja sicher. Ich bin nicht alle. Aber wenn ich mich... Schwerkst du sieben? Ich bin ja sicher.